Und wenn ich mit dir Autofahren übe? Wow, du hast einen Führerschein? Also, nein, aber ich habe einen total krassen Highscore bei... Total Turbo 22, dem absolut krassesten Rennspiel der Welt! Wie cool! Moment, kommen da Nonnen vor? Nonsens, Schwester! Wenn ich Lenny beim Führerschein helfe, dann wird sie uns überall hinfahren. Und Laurie muss ihre Jaggans wohl selbst waschen. Wow, das ist ja genauso wie ein echtes Drehding. Um genau zu sein, nennt man so etwas Lenkrad. Also, bereit loszulegen? Warte, ich brauche mein Spezialfahroutfit! Schick! Also, legen wir los? Warte, ich brauche mein Spezialfahrsmoothie! Das ist ein Sojakürbisgrünkuss-Smoothie. Gibt's nur im Herbst. Schön, können wir dann jetzt endlich... Warte! Was ist denn noch? Willst du mir nicht die Tür aufhalten? Klick! Quietsch! Ein echter Gentleman! Okay, du musst einfach das Lenkrad gerade halten, dann wirst du... Wieso? Ähm, versuchen wir es nochmal. Halt das Lenkrad gerade. Okay, noch ein Versuch. Die Straße geht gerade aus, also das Lenkrad gerade halten. Lenny, du musst auf der Straße bleiben. Ja, aber wozu denn? Wir haben doch sowieso kein richtiges Ziel. Klar haben wir das. Wir fahren nämlich zum, äh, Einkaufen. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Wow! Weiter, Lenny! Egal, schnallt Nase! Mama braucht ein neues Fahrraub-Zinzen! Euer Heißgur! Das war ja unglaublich! Schuss! Malmö! Musik! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017